Culture Berlin Tierlist Jetzt habe ich es einfach gemacht Was willst du tun? Wie du wieder drauf bist heute, krass Herzlich willkommen zu einer weiteren Culture Berlin Tierlist Dem Format, in dem wir Dinge ranken Richtig, ich freue mich ganz besonders drauf Weil Es könnte diesmal eine etwas Kontroversere Tierlist Sein, als jetzt letzte Woche Beispielsweise, weil wir Auf die Zukunft schauen und nicht nur anhand Von Fakten ranken können, sondern so ein bisschen Auch eine eigene Meinung mit reinfließt, weil letzte Woche konnte man das schon mit Ablösesummen und wie gut sie gespielt haben Die Spieler bei ihren Vereinen, es war schon Sehr nah beieinander, heute Ranken wir Dinge, die noch nicht geschehen sind So ist es, bei Wahlkampf hat das Nicht gut funktioniert, wenn wir in die Zukunft geschaut haben Haben wir einmal gemacht und dann nie wieder, mal gucken wie es heute läuft Wir schauen nämlich heute Auch ein bisschen in die Vergangenheit Denn es ist ja Länderspielpause gerade und wir haben uns gedacht Machen wir ein Länderspielthema Wir schauen auf die Debutanten, die DFB-Debutanten Unter Julian Nagelsmann Das sind jetzt schon einige Es gibt 10 Leute, die auch schon effektiv Spiele bestritten haben, ihre ersten Nationalspiele, ihre ersten Länderspiele und dann Haben wir noch ein paar mit reingenommen, die Jetzt nominiert sind Und vielleicht ihr erstes Länderspiel Haben, aber wonach wir ranken Ist folgendes, wir schauen darauf Wie wichtig können diese Spieler Für den DFB in Zukunft sein Weil viel vorzuweisen haben die alle noch nicht Ich glaube, Robert Andrich ist der Mit den meisten Spielen und das sind auch noch nicht Wahnsinnig viele, aber ansonsten haben die alle Erst eine Handvoll Spiele Wir schauen in die Zukunft, wie wichtig können die sein So ist es und Wir müssen natürlich erstmal jetzt Die letzte Folge aufrollen und sagen Du hast das Public Voting gewonnen Ja, trotz deiner Trotz deiner frechen Ganz frechen Formulierung in dieser Abstimmung Ich möchte das kurz vorlesen Weil Nico hat die Abstimmung erstellt Und hat gefragt, wer hatte das beste Ranking Easy Nico Oder andere Antwortmöglichkeit war Sicher? Wirklich Krögi? Das ist doch einfach nur eine Frage So stimmt man, also verstehe ich nicht Auf jeden Fall hast du gewonnen Du hast auf jeden Fall gewonnen Und was du gewonnen hast, ist ein Perk Und dieser Perk besagt, dass du heute Eine Sache in meinem Ranking verändern kannst Genau, das war der Kacke Emoji Ja Weil ich werde in dein Ranking kacken Ja Ich werde eine Platzierung Darf ich um ein Tier nach oben oder nach unten verändern Basierend auf meinen bisherigen Public Votergebnissen Brauche ich eigentlich niemanden, der mir ins Voting kackt Weil ich mache das selbst ganz gut Moneyball im Fußball ist, wenn zum Beispiel der FC Brentford Datenbasierte Transfers tätigt und damit erfolgreich ist In den Unweiten des Internets gibt es viele Gauner, die eure Daten transferieren wollen Mit euren Daten Moneyball spielen wollen Und da sagen wir halt Stopp, so nicht Und das sagt auch CyberGhost, der Partner des heutigen Videos Ja, CyberGhost ist ein bisschen wie Sven Ulreich Meistens im Hintergrund aktiv, pöbelt wenn es sein muss Ist immer da, wenn man gebraucht wird und dabei sehr erfolgreich Denn das auf Trustpilot am meisten empfohlene VPN kümmert sich mittlerweile seit über 15 Jahren Um die Privatsphäre von über 38 Millionen Nutzern Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das deine IP-Adresse verbirgt, deine Daten verschlüsselt Und deinen gesamten Datenverkehr durch einen gesicherten VPN-Tunnel leitet Wenn ihr also mit CyberGhost im Internet unterwegs seid, dann stellt euch einfach vor Ihr seid Manchester City und niemanden interessiert so ganz genau, was ihr da eigentlich alles macht Nicht mal CyberGhost selbst, die deine Daten dank ihrer No-Logs-Richtlinie nicht aufzeichnen und auch nicht speichern Gleichzeitig blockt euch CyberGhost 40 Streaming-Plattformen frei Einfach Online-Standort ändern und dann bis zu 40% mehr Inhalte bei Netflix und Co. zur Verfügung haben CyberGhost gibt es auch als App für alle wichtigen Online-Plattformen Und mit einem einzigen CyberGhost VPN-Abo kannst du bis zu 7 Endgeräte sichern und so zum Beispiel mit deiner Familie teilen CyberGhost ist dabei so benutzerfreundlich, dass nicht mal Boris Becker fragen muss Bin ich schon genug oder was? Also, klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch 83% Rabatt auf den VPN von CyberGhost Du zahlst 2,03 Euro für einen Monat und bekommst zusätzlich noch 4 Monate gratis obendrauf Eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt's auch noch Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video Wonach ranken wir heute, wenn es darum geht, wie wichtig sind diese deutschen Nationalspieler in der Zukunft des DFB? Ja, wir haben uns hier gemeinschaftlich Gedanken gemacht über Dinge je nach Wichtigkeit in der Zukunft Ich fange unten an Jetzt schon relativ irrelevant, in Zukunft wahrscheinlich noch irrelevanter, obwohl viele dachten, mein Gott wird das wichtig sein Und das ist the next big thing NFTs Oh ja, würde mich extrem ärgern, wenn ich da ein Vermögen investiert hätte in die NFT-Rechte von was auch immer und wem auch immer Das ist das unterste Tier Dann bleiben wir bei Währungen mehr oder weniger, im Finanzsektor bleiben wir und zwar zweitunterstes Tier Das wird Niklas Lewinsohn nicht so freuen, aber der ist ja nicht da, deswegen können wir das machen Bargeld wird immer unwichtiger Läuft eine blutige Träne aus dem Auge, wenn er das hört, oder aus dem Ohr Ein Groschen läuft ihm aus dem Auge Ja, Niklas Lewinsohn hat ja sein gesamtes Vermögen und im Kopfkissen Im Kopfkissen vor allem Genau, nee, Bargeld wird offensichtlich immer unwichtiger in vielen Städten oder in vielen Ländern vor allem Nicht unbedingt Berlin und Deutschland, aber in vielen anderen Ländern kann man fast gar nicht mehr Also da gucken die dich komisch an, wenn du damit Bargeld bezahlen willst Und das wird sich nur noch fortsetzen Dann kommen wir in die Mitte und zu einem Tier Da habe ich dich überstimmt, beziehungsweise wir hier im Team haben dich überstimmt Das hast du noch gar nicht mitbekommen Ich glaube, ich habe es schon mitbekommen, aber ich halte es weiterhin für eine Fehlentscheidung Ja, weil dein Vorschlag waren die Maldinis Weil die Maldinis in Vergangenheit und Zukunft wichtig sind Der dritte Maldini in dritter Generation wurde gerade für die Squadler Azuda nominiert Und demnach ist vollkommen klar, die Maldinis in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wichtig Genau, es geht nämlich in der Mitte darum, was bleibt einfach gleichbleibend wichtig Passt aber irgendwie nicht so ganz in den Rest, was alles irgendwie mehr oder weniger Gegenstände sind Ich werde Maldini sagen Deswegen haben wir Gaffa-Tape hier genommen Maldini Gaffa-Tape war wichtig und vor allem alle, die Gaffa-Tape verwenden, sagen, das wird auch in Zukunft Du wirst immer Gaffa-Tape brauchen Wenn du irgendwas mal bei irgendeiner TV-Show, wenn du irgendwas mal kleben willst Ist Gaffa-Tape vegan? Oder bei einem Konzerte Bestimmt Nicht, wenn es an der Massentierhaltung irgendwie, man weiß ja nicht Man weiß ja wirklich nie, am Ende ist da irgendwie Rindergelatine im Klebestoff drin Das wird aus Öl gemacht, das wissen die wenigsten Das wird aus Erdöl gemacht Also ich glaube, wenn es vegan ist, würden sie es machen wie alle anderen und draufschreiben Auch wenn es offensichtlich ist Kommen wir zu den obersten beiden Tiers Welche Dinge sind wichtig und werden in Zukunft entweder sehr wichtig bleiben oder noch wichtiger werden? Bälle Ja, wahrscheinlich Mal mir eine Zukunft, wo Bälle irrelevant werden Ja gut, es ist ja so ein bisschen die Frage Ja, ja, ja Und es ist wichtiger als Gaffa-Tape, weil es mehr Leute betrifft Ich glaube, mehr Leute spielen gerne mit Bällen Und alle Leute, die nicht häufig mit Bällen zu tun haben Wären froh, wenn sie mehr Gaffa-Tape hätten Bälle hätten Weiß ich nicht, aber ja Wir hatten ja auch das Rat in der Verlosung Das ist es nicht geworden, es sind Bälle geworden Es sind Bälle geworden Und ganz oben ist das gute alte Wasser Denn Wasser ist sehr, sehr wichtig Logisch Und wird in Zukunft noch wichtiger sein Wir haben auch mal nachgeschaut Ich glaube, im Jahr 2050 könnten 5 Milliarden Menschen Das sind, glaube ich, ungefähr die Hälfte Dann ja Aktuell wäre es mehr als die Hälfte Aber wahrscheinlich dann ungefähr die Hälfte Unter Wasserarmut leiden Unter Wassermangel leiden Das Und damit haben wir unseren Bildungsauftrag hier erfüllt Wasser wertschätzen Culture geht geradeaus wie die H2O-Reserven Ist natürlich eine abgewandelte Kollegahlein Ja, das sind sie, unsere Tiers Und wir gehen rein Und wir gehen rein mit Chris Führig Hat am 14.10.23 sein Debüt gegeben Seitdem 6 Spiele für den DFB Wir ranken ein Und dann diskutieren wir drüber Deswegen ranke ich ein Ich gehe in Bargeld Ja, ich gehe in NFT What? Ich glaube, dass Chris Führig nie wieder für die Nationalmannschaft berufen wird Okay, das ist krass Ja Und ich will dazu sagen Er hat es sich verdient in der letzten Saison Ich hoffe, er hat diesen EM-Sommer absolut genossen Ich persönlich sehe keine Zukunft für Führig Weil Er in meinen Augen Doch ein bisschen als reiner 1 gegen 1 Spezialist enttarnt wurde In den letzten Monaten One-Trick-Pony meinst du? Ja, finde ich persönlich, ja Kann ich verstehen Habe ich auch drüber nachgedacht Ich habe mich am Ende für Bargeld entschieden Also für das Zweitunterste Weil ich Ihn als Spielertypen Für den DFB Immer noch als mehr oder weniger Unikat sehe Das verstehe ich Weil es gibt wenig klassische Flügelstürmer Beim DFB Oder halt mit deutschem Pass Ich glaube halt, dass da Eher so Kandidaten Vielleicht aus einem eigenen Verein Die ihm den Rang abgelaufen haben Eher den Hut aufhaben werden Und der ist heute nicht dabei, glaube ich Der Kandidat, von dem ich rede Oder? Jamie? Jamie L? Ah, nee, Jamie L haben wir rausgelassen Wir haben heute rausgelassen Die noch kein Spiel gemacht haben Oder jetzt gerade das erste Mal dabei sind Einfach, weil wir jetzt nicht 16 Genau, wir wollten nicht zu viele machen Deswegen waren wir da ein bisschen selektiv Also ich verstehe ein bisschen Bargeld Call Und wahrscheinlich hast du sogar recht Denn erstmal muss man ja auch sagen Dass jetzt gerade, wenn so viele Leute ausfallen Und das wird ja im Zweifel eher mehr werden In den nächsten Nänderspielpausen Weil die sind relativ unspannend Jemand, der das System kennt Der die Idee Nagelsmann kennt Wird wahrscheinlich näher an der Nominierung sein Als ein Debutant Also war ich vielleicht auch ein bisschen Forschender mit nie wieder DFB Aber ich bin Ich finde schon, dass es die beiden Tiers sind Zwischen denen man sich streiten kann Also wenn, es müsste wirklich sehr, sehr viel schieflaufen Dafür, dass Chris Führig in ein Turnier reingeht Als wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft Anders als bei diesem Mann Maxi Bayer Ja Vier Spiele bereits für den DFB bestritten Darunter auch ein, zwei richtig gute Ja Ich erinnere mich an, ich glaube das letzte Testspiel vor der Erden Ja, da war er eher so, als er da wurde eingewechselt Und hat dann richtig Alarm gemacht Hat richtig Alarm gemacht Ich weiß, wo ich mit ihm hin will Dann sag doch mal Ich gehe ins Bällebad Sticht Ja Ich habe ihn auch im Bällebad Weil ich glaube, dieser Spielertyp Er ist auch noch sehr jung, muss man dazu sagen Aber gerade dieser Stürmertyp Auch wenn es jetzt gerade nicht so gut für ihn läuft Nach dem Wechsel zum BVB Glaube ich, dass er für den DFB Zumindest in ein paar Jahren Eine wichtige Rolle spielen kann Ich bin mir aber nicht so sicher Wie bei ein, zwei anderen Ja Deswegen nicht ins oberste Sondern in eins tiefer Ja, ich finde auch Ich finde halt Auch, dass wenn er jetzt beim BVB Jetzt richtig explodiert wäre In diese Saison rein Hätte ich ihn eventuell sogar ins höchste Tier genommen Das könnte möglich sein Ich finde, man muss dann so ein bisschen Einen Abzug geben Aber ich glaube, dass Maxi Bayer Einfach wegen seines Profils Für den DFB noch ein wichtiger, wichtiger Spieler sein wird Der nächste ist einer Der noch kein DFB-Spiel bestritten hat Aber schon mehrfach auf der Bank saß Nämlich Alex Nübel Dritter, Sechster, 24 Das erste Mal nominiert worden Wir haben nur Spieler natürlich genommen Auch wenn sie noch nicht gespielt haben Die von Julian Nagelsmann nominiert wurden Das ist Alex Nübel Und ich habe ihn in der Mitte Im Gaffer-Tape Wasser Was? Du glaubst er wird die Nummer 1 Ja gut, dann würde er das Sinn machen Ich sage nicht, dass er so gut ist Dass er Wasser sein sollte Ich sage nicht, dass er Okay Nicht im Wassertier Obwohl ich vielleicht persönlich hoffen würde Dass es eine andere Lösung gäbe Auf Dauer Finde ich super, dass wir hier auch wirklich mal einen großen Unterschied haben Das war meine Hoffnung Hätte ich jetzt nicht unbedingt bei Nübel mit gerechnet Aber ist natürlich komplett klar Wenn du davon ausgehst, dass er ja die Nummer 1 Zumindest für einen gewissen Zeitraum wird Dann muss er Wasser sein Das ist die ganze Rechnung, genau Ich glaube das nicht Ja Weil er ist 28 Ich glaube Das ist ja crazy, dass er schon 28 ist Ja, er ist jetzt länger verletzt Ja Und ich glaube, dass trotzdem erstmal Ter Stegen dann, wenn er wieder fit ist, spielen wird Ja, mal gucken Das Wegen hat jetzt auch kein tolles Jahr aktuell für sich Grundsätzlich nicht, unabhängig von der Verletzung Das stimmt, das kann natürlich absolut passieren Ich glaube, ich bin nämlich auch, was so die Qualität angeht Auch eher im Boot Ja Aber da wird sich irgendjemand noch darüber hinaus entwickeln Das sage ich auch ehrlich, das ist meine Hoffnung Aber es reicht ja Ich finde, es reicht für Wasser, wenn er jetzt, sagen wir mal das nächste Jahr Wenn er anderthalb Jahre Nummer 1 ist Genau Dann ist das Wasser Ich habe aber auch die Hoffnung, dass Ter Stegen quasi so lange macht Bis zum Beispiel Dennis Simon Ja, nicht mal das Was ist mit Artubulu, wenn der sich gut entrichtigt Zum Beispiel Artubulu, stimmt, ja Den halte ich auch Aktien Zum Beispiel, wenn jetzt Nübel erstmal so lange testet Wenn der Stegen verletzt ist, viel spielt Ja, mal gucken Reicht das für Wasser? Für mich müsste er Wasser sein, wenn er bei der WM die Nummer 1 ist Ja, das In zwei Jahren Und das sehe ich halt nicht Mal gucken Mal gucken Mal gucken Okay, nächster Spieler ist Dennis Undaff Wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt quasi argumentieren würde Der ist schon 28 Und ich bei Nübel quasi das überhaupt nicht in Betrachtung gezogen habe Ja gut, ich finde, die Torwartposition ist ja da nochmal anders zu betrachten Ich habe ihn auch Im Bällebad Ja Also was heißt auch, aber wie Bayer Ich habe ihn tatsächlich sogar eins darunter im Gaffer-Tape Okay Also du, das würde ja bedeuten Also Nübel für mich ja auch im Gaffer-Tape So, er wird dabei sein Genau Vielleicht mal spielen Ja Und das ist Undaff für dich Genau, auf jeden Fall Und ich glaube, dass Dennis Undaff sogar ein Spiel hat, was gut altern wird Also ich glaube, für ihn ist es nicht dramatisch Wenn er irgendwann 32 ist, 33 Und die Äh, nicht mehr ganz so die Athletik hat Die er aktuell hat Ich glaube, das ist ein sehr cleverer Stürmer Der genau damit gut arbeiten kann Ich glaube aber auch, dass sein Profil Stand Also eventuell könnte es genau das sein Was Julian Nagelsmann sucht auf Sicht Für den DFB Ich glaube aber eher, dass er in einem bisschen geradlinigeren internationalen Fußball Zu sehr nicht Fleisch, nicht Fisch ist Kein richtiger Strafraumstürmer Ein Verbindungsspieler Der immer, immer wieder wichtig sein wird Stochastiker Für den DFB Aber ich glaube eben Nicht, dass Undaff mal in irgendein Turnier gehen wird Wo wir sagen Dennis Undaff ist ja Hoffnungsträger Sondern, dass er eher so eine Option bleiben wird Von der Bank Die immer wieder für Gefahr sorgen kann Und deswegen ist er für mich Bälle Weil ich glaube, er wird über Jahre hinaus eine Relevanz behalten Das glaube ich auch So eine Art Superjoker Und das ist für mich dann Übernübel Ja, fair enough Vielleicht ein paar Mal spielt Aber jetzt auch nicht überzeugend Ich glaube schon Also für mich hast du gerade mehr oder weniger Kai Havertz beschrieben Und der hat eine relativ hervorbereiche Aber Havertz ist Stammspieler Inzwischen beim DFB Eben, aber die Rolle Die Rolle Ja, ja, das stimmt, richtig Und deswegen, es könnte auch sein Er wäre der erste Backup quasi für diese Rolle Ja Möglich Ja, auch hier finde ich Das sind genau die beiden Tears Zwischen denen er sich bewegt Es gibt bestimmt aber auch Leute, die sagen Das wird der neue Nummer 1 Ja Wie gesagt, du sagst Es ist 28 Es gibt bestimmt Leute, die sagen Ich bin viel zu negativ da Aber es ist ja auch in Ordnung Ich versuche einfach Ich mache dieses Ranking aus dem Bauch raus Und so ist es dann Jonathan Burkhardt ist der Nächste Frisch nominiert Noch kein einziges Spiel bestritten Und ich gehe trotzdem in Wasser Boah Ja, also guck mal Ich sage dir meine Gedanken Ich gehe ins Bällebad Und ich ärgere mich instant In der Sekunde, dass ich Undorf nicht ins Bällebad getan habe Weil ich finde, dass Also ich glaube auch, dass Jonny Burkhardt eine Zukunft haben wird beim DFB, die geil sein könnte Hab mehr Zweifel als du Aber In der aktuellen Situation Deshalb das Ärgernis mit Dennis Undorf Gibt es für mich keine Ist es schwer für mich Für mich selbst zu argumentieren Dass ich Jonny Burkhardt mit Null spielen jetzt vor Dennis Undorf haben muss Er ist aber jünger Ne, ist ein super Ranking von mir Burkhardt Belabert Ne, ich weiß gar nicht Brauchst das gar nicht so negativ darstellen Für mich selbst Ja, ja, genau Aber bei Burkhardt ist es ja noch eine komplette Wildcard Vier Jahre jünger oder was Das ist ja komplette Wundertüte Jünger Ich setze ihn ganz nach oben Ja, finde ich gut Das ist eine komplette Spekulation Komplett ins Dunkle hinein Aber Es könnte aufgehen Ich bin der Meinung Oder ich sage mal so Ich bin der Hoffnung Dass Jonny Burkhardt der Nummer 1 Stürmer von Deutschland wird Und wir haben ja hier keinen Zeitrahmen gesteckt Nö Das heißt ja nicht, dass er in anderthalb Jahren der Nummer 1 Stürmer sein muss Es reicht, wenn er es in 3 Jahren ist Auf jeden Fall Wenn er es bei der nächsten EM ist Und dann wäre er schon richtig wässrig Ich setze ihn ins Wasser, weil ich habe große Hoffnung, dass er das will Also ich gehe ins Bällebad 1 darunter Weil ich eben auch glaube, dass Jonny Burkhardt beim DFB eine Karriere machen wird Die sich von niemandem, von niemandem ist Quatsch Aber die sich kaum verstecken muss Gab ein paar gute deutsche Spieler Ja, gab ein, zwei deutsche Spieler Er zum Beispiel Marvin Duxch, der nächste Stürmer Wir haben einige Stürmer hier mit dabei Offensichtlich ist man da auf der Suche beim DFB Ich leite folgendermaßen ein Ich finde es mega geil für Marvin Duxch, dass er zwei Länderspiele bekommen hat Ja Es werden nicht mehr werden Es gibt glaube ich in dieser Liste ein paar, wo wir uns alle relativ einig sind Die Relevanz für den DFB in der Zukunft wird wahrscheinlich begrenzt sein Ich finde halt auch, wir sprechen noch über ein, zwei andere, etwas ältere Stürmer jetzt schon Ich meine Niklas Hüllkrug ist der von dieser Riege, sage ich jetzt mal Der sich am meisten hervorgetan hat Genau, der sich am meisten hervorgetan hat Der wahrscheinlich auch in so einer Liste am weitesten oben landen würde Aber da kommen ja junge Spieler nach Oder da kommen halt so Leute Ja, wie Maxi Bayer, wie Johnny Burkhardt nach Da kommt ein Undorf, der jetzt nicht wahnsinnig viel jünger ist Aber der aus dem Nichts kam, mehr oder weniger Hat den langen Anlauf gebraucht Der qualitativ halt irgendwie nochmal, finde ich, in einer etwas anderen Liga spielt Finde ich auch Ja, schön für Duxch, aber NFC Wirklich geil, dass du die zwei Spiele bekommen hast Und er hatte sich das ja auch verdient, mal nominiert zu werden Und ich finde, jetzt hat man quasi das abgegolten Alles gut, jetzt weiter großer Fisch im kleinen Teich Nee, komm So eine homophobische Scheiße ranken wir nicht Kevin Behrens, NFT, nie wieder für Deutschland, richtig so Ja, für mich würde es hier gerne Vielleicht können wir ein eigenes Tier machen Homophobes Arschloch Behrens, ja Oder einfach Behrens, ist ja dasselbe in dem Augenblick Oh, stimmt Entschuldigung an alle, die sonst Behrens heißen Ihr seid nicht gemeint Ja, aber man muss auch sagen Unabhängig von dieser Aussage Und es ist schwer, wenn jemand so eine absolute Scheiße verzapft Das davon unabhängig zu machen Unabhängig davon hat er 0,0,0,0,0 Perspektive beim DFB Der wurde nach einem Hattrick in der Bundesliga nominiert Auf Wiedersehen Ist ja auch nett Nette Story gewesen Der nächste Mann ist Der nächste Stürmer Tim Kleindienst Ja, gerade das erste Mal im Rahmen der Nationalmannschaft dabei Und Noch kein Spiel Noch kein Spiel, was ist er, 30? Kommt hin, ne? Also er zählt für mich genau in diese Riege, die ich gerade angesprochen habe In diese Riege der etwas älteren Stürmer, die sich jetzt aufgetan hat, weil man so händeringend nach einem torgefährlichen Stürmer sucht Er ist 29 Bargeld NFT Ja Es tut mir leid für Tim Kleindienst Das ist so ein bisschen, ich habe die gleichen Gefühle wie bei Marvin Duksch Ich finde, dass Tim Kleindienst es sich mit seinen Leistungen verdient hat Er arbeitet hat, das was er bei Heidenheim gemacht hat, war über mehrere Jahre beeindruckend Und das dann eben auch noch in der Bundesliga so fortzusetzen Megakrass Geile Story Auch bestimmt der richtige Spielertyp, der dem DFB guttun würde Wirklich dieser großgewachsene, eiskalte Stürmer, der aus jeder Lage treffen kann Ich glaube, dass es qualitativ am Ende dann zu wenig ist Ich habe ihn eines höher aus einem ganz einfachen Grund Niggas Füllkrug kommt überhaupt nicht gut rein in die Saison Der DFB hat mehrfach ja in den letzten Jahren jetzt Leistungsprinzip, Leistungsprinzip gepredigt Und ich glaube, es gibt einfach ein Szenario, in dem Tim Kleindienst es komplett ernst einfach den Füllkrug-Slot übernimmt Für ein Jahr oder anderthalb Und wenn das passiert, dann reicht es schon für mich, um eben kein NFT zu sein Aber glaubst du nicht, dass man da eher einen Johnny Burkhardt mitnimmt, der jetzt nicht der gleiche Spielertyp ist? Also mit Johnny Burkhardt hast du 1,84, gute Kopfballchecker für die Größe Hier hast du ein dezidiertes Kopfballungeheuer wie Niggas Füllkrug Das ist eine Liga oder eine Option, die dir Burkhardt so nicht gibt Ja, das stimmt natürlich Und deshalb glaube ich, ich glaube einfach, bei Tim Kleindienst gibt es einen günstigen Zeitrahmen aktuell, der dazu hinführen könnte Dass er für ein Jahr, anderthalb Jahre eine größere Relevanz hat beim DFB, als man gedacht hätte Und das würde für mich reichen, um ins Zweitunterstetier zu kommen Bargeld Finde ich gut Robert Andrich ist der Nächste, 21.11.23 Ist der mit den meisten Spielen, glaube ich, von den Nagelsmann-Debütanten Nämlich zwölf Spiele hat er schon bestritten Und ist der Einzige, von dem man sagen kann, dass er sich festgespielt hat beim DFB Dass er eine tragende Rolle eingenommen hat Die natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass es sein Profil jetzt nicht unglaublich oft gibt Genau, ich gehe ins mittlere Tier, ich gehe ins Gaffer-Tape, weil ich glaube, genau das wird seine Daseinsberechtigung bleiben Ein Gluguy Ein Gluguy? Ein Gluguy, ein Kleber, menschlicher Klebstoff Achso Sowohl auf dem Rasen, als auch neben dem Rasen In der Kabine einer, der gute Stimmung macht Auf dem Rasen einer, der dafür sorgt, dass Kimmich Rüdiger nicht anschreit oder andersrum Ich habe ihn im gleichen Tier wie Nübel Ja Weil ich glaube, sie werden beide noch lange immer wieder nominiert werden Sie werden lange ihre Rolle haben und auch Spiele bestreiten Aber wie wichtig sie dann letztendlich wirklich für den DFB sind Da sind dann noch einige, da sehe ich da einige noch drüber Ich habe ihn nicht im selben Tier wie Nübel, weil sonst hätte ich ihn im Wasser Ähm, da will ich nicht hin Aber ich finde, du hast alles geliefert, um ihn genau dort einzusortieren, wo du es getan hast Ich habe ihn auch im Gaffer-Tape Dann haben wir den nächsten, der nächste, wie viele Stuttgarter dabei Ja, ey, und ich muss wirklich sagen, Maxim Mittelstell ist drauf Ja Auch der hat sich ja so einen Halbstammplatz, oder zwischenzeitlich war er Stammspieler Ich habe ja, vor der Saison war ja einer meiner Hot-Takes im Podcast einfach so nebenher gesagt Führig und Mittelstädt haben gepiekt und das war's Führig, kann ich dabei bleiben Mittelstädt hat anderhalbschlechte Spiele gemacht Und ist seitdem in gestört guter Form Mittelstädt ist richtig gut in Form Und ist für mich, 26, 27 Jahrhundert, so um den Dreh Ich glaube, also es ist zwischen Gaffer und Bälle für mich Und ich glaube, ich gehe ins Bällebad Er ist 27, ich habe ihn auch in Bälle Aus einem einzigen Argument Weil man könnte ja auch sagen, wenn ich das bei Andrich und Nübel mit Gaffer-Tape so formuliert habe Mit, sie werden nominiert, sie spielen eine Rolle Ja, aber er wird wichtiger Ich glaube vor allem, dass er wichtiger sein wird aufgrund der Position, auf der er spielt Weil Torwart ist eine fiese Konkurrenzsituation, weil man braucht nur einen Sechser ist eine miese Konkurrenzsituation, weil es gibt unglaublich viele talentierte Sechser Und Linksverteidiger Das kann sein, dass David Raum und Maxim Mittelstädt auch auf die nächsten Jahre gesehen Außer Luca Netz lernt zu verteidigen in einer Viererkette Das glaube ich nicht Die einzigen beiden Linksverteidiger sind, die Deutschland überhaupt in Betracht ziehen kann Außer jemand kommt aus dem Nichts Und das kann halt bedeuten, dass der einfach immer dabei ist Und wenn er gut spielt Vor allem, glaube ich, gegen schwächere Gegner Wo man weit nach vorne gehen kann, viel Ballbesitz hat Dass Maxi Mittelstädter der Stammspieler sein wird Also ich meine, es gibt zwei Namen mit Tom Rote und Max Finkgräwe Die in Zukunft Aber die müssen da erstmal hinkommen Die müssen da erstmal hinkommen Und deshalb, ja, bin ich, glaube ich, bei dir und ein weiterer, übrigens Franz Kretzig Aber den hat er ja gerade auch schon mal eingeschult beim VfB Stimmt, auch da long way to go, würde ich behaupten Ja Dann haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viele Der nächste, oh, ist einer, der auch noch nicht gespielt hat Der nächste Torhüter, Jannis Blaswig NFT Also, das ist wirklich Das ist wirklich ganz kurz davor Wie wenn man bei der Border League seinem besten Kumpel mal eine Wildcard gibt Und sagt, hier, du kannst einmal da hinkommen In meinen Augen, wirklich Oder wir machen mich zur Wildcard Ja, also So ist das ungefähr Ja, da scheint offensichtlich eine gute Connection zu Julian Nagelsmann zu bestehen Offensichtlich Jannis Blaswig darf jetzt mal wieder mitfahren, wurde nachnominiert Aber ich glaube, das ist auch das Höchste der Gefühle Wo ich ein bisschen schockiert war Weißt du, wie alt der Mann ist? Blaswig? Mhm 32 33 sogar schon Ich hätte den locker so auf Ende 20 geschickt Ja, Leipzig hat, ne Weil er halt auch lange nicht relevant war So mehr oder weniger auf der höchsten Etage zumindest Ja, ich meine, der wurde jetzt nicht Der ist in Salzburg komplett umstritten Die Fans sind überhaupt nicht wirklich mit ihm Und dass er überhaupt bei Salzburg spielt Sollte eigentlich genug Antwort dafür sein Ob der beim DFB in Zukunft eine Rolle spielt Stand er im Tor, als die gerade eingeschult wurden? Ich glaube ja Also er war jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit Nummer 1 Die Salzburg-Fans schreien seit Wochen, dass er zu schlecht ist als Nummer 1 Ähm, ich würde aber davon ausgehen, dass er gespielt hat Weil Leipzig hat das ja nicht schlecht gemacht, muss man ja sagen Und dann kam Gulashi zurück Und wenn du heute auf den heutigen Gulashi wieder guckst Der musste erst mal nur wieder fit werden Das ist auch keine Diskussion, dass Gulashi der bessere Keeper ist Stimmt natürlich Also Blaswig geht bei uns beiden in NFT Dann haben wir den nächsten Stuttgarter, Waldemar Anton Ex-Stuttgarter, Entschuldigung Waldemar Anton, aber zu Zeiten seiner Nominierung war er das Fünf Spiele gemacht, seit dem 23. März Aufpassen mit den Stuttgartern, ne? Ja, ist wohl nicht mehr gern gesehen in Stuttgart Ähm, bei mir ist er Bargeld Ich würde ihn eigentlich gerne Eins höher haben Ja, mach doch Ja, mach ich aber nicht Warum? Weil du nämlich vollkommen recht hast Weil jetzt gerade sind wir ja Altersklasse Also gerade sind ja, wenn du die Alters-Innenverteidiger bist Das ist ja Ta und Anton sind so, sind Ende 20 Rüdiger 31 Das ist so gerade die Leistungssiche Da haben wir die Generation Schlotterbeck, ne? Die 24 Äh, Robin Koch ist ja auch schon 28 inzwischen Und dann kommen aber Bissek, Kocab Dann kommen ja nochmal ein paar Namen Malik Chau Malik Chau, ja Ja, ich wollte dir mal auch einen Namen reinsetzen Nee, du hast aber recht, eigentlich hast du recht Also die Reaktion von mir war überhaupt nicht angebracht Ähm Und ich glaube, dass Waldemar Anton Und deshalb schaffe ich es Ihn mir ins Gaffa-Tape zu reden Oh, jetzt doch Ja, weil ich glaube, für Waldemar Anton mit 28 geht für die nächsten vier Jahre Genau das, was du über die anderen Gaffa-Tape-Kandidaten gesagt hast Ja Super Ballplaying-Centerback Solange Julian Nagelsmann an der Macht bleibt, sag ich mal Glaube ich, ist das ein Spieler, der ihm gut gefällt von seiner Art zu spielen Und deshalb sage ich, der wird jetzt einfach für die nächsten drei Jahre Innenverteidiger Nummer vier sein und fast immer dabei sein Ja, mein Unterschied zu den Gaffa-Tape-Leuten ist Ich glaube, er wird sehr wenig bis gar nicht spielen Ja, das ist wahrscheinlich richtig Weil er drei Leute vor der Nase hat Außer in, vielleicht in einem Freundschaftsspiel oder so Ich glaube einfach, dass Ta, Schlotterbeck, Rüdiger vor ihm sind Vor ihm bleiben Und vielleicht kommt dann noch einer der jüngeren Spieler Und dann ist so jemand auch vielleicht schnell raus Kann mich natürlich irren Aber ich gehe mit Bargeld Man muss ja auch mal ehrlich sagen, dass jetzt, wenn man diese Saison bis jetzt anschaut Hat sein Nachfolger Jeff Chabot eigentlich mehr Aktien in Nationalmannschaftsnominierungen, als er das gerade hat Ja Der nächste Spieler ist Angelo Stiller Noch ein Stuttgart Ja, leg du gerne mal vor Oder habe ich jetzt Ich habe ja eben vorgelegt Tja Es ist Wasser oder Bälle Vielleicht sogar ein Wasserball Ja, ich gehe ins Wasser Ich nicht, ich gehe in Bälle Ja, finde ich in Ordnung Ich gehe in Bälle, weil ich glaube, dass es eine Sechser-Kombination gibt Und wir dürfen ja auch Spieler wie eben Robert Andrich, Pascal Groß nicht vergessen Emre Can Pascal Groß ist 33, oder? Ja, trotzdem, die nächsten Jahre jetzt mal Ja, okay Ich glaube, dass Stiller sehr relevant werden könnte Aber bis das soweit ist Ehrlicherweise muss ich zugeben Das habe ich bei Johnny Burkhardt auch gesagt Das kannst du über ihn auch sagen Ich glaube aber, dass er noch lange hinter mindestens zwei dieser Sechser Übereinsprechen wir gleich noch Sich hinten anstellen muss Und dementsprechend reicht das für mich nicht ganz für Wasser Ich sehe es anders Ich sehe es anders Ich glaube, dass Und ich weiß ja, wer noch kommt Dass die Kombination aus den beiden die Zukunft ist Aber was machst du mit Josef Kimmich? Der ist jetzt Also klar, der ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste Der spielt für Deutschland weiter Rechtsverteidiger So wie es abgesprochen ist Ja Josef Kimmich ist RV Und dann ist der einzige Name jemand, der nicht nominiert wird Vitali Janel Der wird niemals geholt Und dann sind wir im Bereich Erik Martell und junge Spieler In meinen Augen Und dann haben wir Pavlovic Alexander Pavlovic Wasser Water Pavlovic Stiller ist in meinen Augen Die Doppel-Sechs-Kombination der Zukunft vom DFB Dann hast du mit Pavlovic jemanden Der noch zeigen muss Dass er das, was er ursprünglich mal von Thomas Tuchel aufgetragen bekommen hat Auch so erfüllen kann Aber das ist meine Er kann das erfüllen Er hat es unter Thomas Tuchel bei den Bayern in meinen Augen gezeigt Phasenweise Er war schon sehr offensiv für eine Holding-Sechs Für eine klassische Das stimmt Er bückt ja gerne mal aus und taucht im Strafraum auf Das stimmt Aber das macht er, finde ich, vermehrt unter Company Ja Also er hat unter Tuchel dieses eine Spiel gehabt Darmstadt Ich glaube, es war gegen Darmstadt Ja, wo da habe ich gesagt Das macht er keine Holding-Sechs Ja, da wissen wir natürlich nicht genau, wie die Ansagen waren Ich glaube, er kann das Weil als ich ihn mal für den Frakalcio analysiert habe Und ihn auch Oder den Begriff Die Pavlovicisierung des deutschen Fußballs ausgerufen habe Und ich stehe dazu Da habe ich ihn genau insofern analysiert Dass er genau das gemacht hat Nämlich diese Tiefe 6 halten Und das spreche ja dann noch mehr Für die Stilla-Pavlovic-Duo Weil Stilla kann es nicht Da sind wir uns einig Also ich glaube dem Braten noch nicht Dass Kimmich auch in 2 Jahren bei der WM noch Rechtsverteidiger spielt 100% Ich bin absolut überzeugt davon Okay, gute Wette an dieser Stelle Ich glaube, das waren alle Ich glaube halt Nur um das Bevor wir jetzt hier in unsere Wette eintreten Ja Ich glaube halt, dass Kimmich es auf eine ähnliche Art und Weise spielen wird Wie er es beim FC Bayern macht Ultra-inverse Bei Bayern-Besitz Ja, ja Habe ich ja gesagt, dass der Kapitän wird nach der WM 2022 Und was ist passiert? Ein Turnier länger hat es gebraucht Ein einziges Turnier länger Ich darf jetzt aber noch meinen Joker einsetzen Ja, das ist natürlich jetzt blöd Weil du nicht weißt, wie mein Ranking ist Und ich habe es auch nicht aufgeschrieben Ich habe mir eine Sache notiert, mein Freund Okay Weil man könnte ja denken, dass man jetzt Wenn man jetzt bei dem anderen eine Position verschieben darf Um ein Teal Dass man jetzt jemanden nimmt Zum Beispiel, dass ich Pavlovic jetzt einen runtersetze Nach ganz unten Oder hast du noch? Nein, 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 ein Teal Dass ich Pavlovic jetzt einen runtersetze Hoppala Aber das ist mir zu wenig Also das hat nicht genug Impact Ja, okay Ich nehme einen Spieler, wo ich jetzt schon glaube, dass du ihn zu tief hast Und setze ihn noch eins tiefer Ja, du Ratte, wen? Ich setze Dennis Undaff von Gaffer Tape in Bargeld Also, dass Dennis Undaff so gut wie keine Rolle für den DFB in den nächsten Jahren spielt Ist okay Kannst du damit leben? Ja, damit kann ich leben Damit kann ich leben Also, ich hätte Es gibt einen Grund, warum ich ihn dann nicht eingerankt habe Und danach sogar mich geärgert habe, dass er nicht eins höher ist Aber fühlt sich nicht so schlimm an, wie ich gedacht hätte Ich habe das hier gerade aufgemacht Oh, das sind die Falschen Habe ich auch gedacht, ne? Da stehen die doch, in dem Glas Und ich habe noch das Glas gesucht Du hast hier oben die Eier Von wegen kein Glas, kein Glas So Komm, hol noch einen Nächste Woche Der Perk ist derselbe wie heute Man darf reinscheißen beim anderen Also, tut mir mal ein Gefallen Stimmt für mich ab Niklas bleibt ja weiterhin in Elternzeit Ich würde gerne auch mal so ein Ding haben Ich habe damit noch keinerlei Erfahrung gesammelt Das war es von uns für heute Bisschen wildes Ende Passiert manchmal Abonniert den Kanal Macht, was ihr machen müsst Habt ein schönes Wochenende Und macht es vor allem gut Vielen Dank an der Stelle nochmal an CyberGhost Dem Sponsor für das heutige Video Mit CyberGhost sind eure Daten Und eure Privatsphäre im Internet geschützt Aber nicht nur das Es ermöglicht euch auch den Zugang Zu gesperrten Inhalten im Internet Und wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung geht Sichert ihr euch 83% Rabatt Das bedeutet ein Preis von 2,03 Euro Für einen Monat Aber ihr bekommt quasi zu diesem Preis Noch 4 Monate kostenlos dazu Inklusive 45 Tage Geld-Zurück-Garantie Das war es für heute Vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut Jawohl Ich hätte gern getroffen Ja, das ist immer der Traum, ne?